Büsialarm auf Aoshima. Auf der japanischen Insel leben 120 Katzen und nur 22 Menschen. Das ist ein Verhältnis von 6 zu 1. Und die menschlichen Einwohner sind selber schuld, dass sie die Minderheit sind. Vor Jahren haben sie ein paar Büsis geholt, um der Mäusliplageherr zu werden. Die Mäuse sind mittlerweile weg. Die Katzen haben sich drastisch vermehrt. Die Mäuse 6 a. Die Mäuse 6 a. Die Mäuse 7.